dabei deswegen ist er etwas schwerer als normal und ich hab vergessen meine ausrüstung zu räumen stepp man muss halt genau wissen wie die angreifen und dann geht das muss ich noch ein rotäuer jäger kill ich hab wirklich irgendwas im hals ist kein frosch ich sag's dir ist ein frosch nee ist es nicht ich muss gerne wissen was ist in der mitte ah da ist grubaba ich sehe grubaba wie willst du den jetzt kill nee ich frag mich nur was passiert wenn ich den hier rotohr etin zähmer intim zähmer etin nicht intim na gut also also muss ritualisten kill ok immer noch hier drüben steht einer der neben ane grubaba ist es ja da drüben ist noch ein etin zähmer und ein etin zähmer wort 15 sekunden weil ich würd gern nicht meine flächen da ist noch ein ritualist hier 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 ja ich weiß wird mir auf der karte markiert oh tschakka komm ran Junge wir sind im wasser da greifen die nicht an echt jetzt jedenfalls kommen sie nicht ran wie süß lass mal den grubaba von hier aus machen aber ist ja auch langweilig oder naja irgendwie auch chillig ach den anderen auch noch ne naja ich hab auch mal meine Fähigkeit rausgehauen knall ich halt ein bisschen drauf ich könnte ja ne klingenwaffe geben aber und was bringt mir das? kannst du dich anwenden eben hat der sich grad heilt er sich? ja der heilt sich kleines pissgesicht du bist tot dann halt so geht eh schneller ja nur kommt gleich der andere futzen ran nein der ist ja nicht ah doch der kleine der davor steht ist böse hast du es jetzt? warte alt f1 so und jetzt komm ran scheiße ich hab den falschen angegriffen super ach du fuck der wirft mit stein ach ne ich kümmere mich mal um den Moschusschwansch ja ja ich komm mit dem hier klar mit zwei drachen und dem hier ich glaub das ist schon halb down na dann komm ich auch mal da dein drach ja angreift kriegst du auch auf jeden fall was aber du bist ja auch da ne ja ich bin da jetzt so der babbo da geht der babbo schwere rüstung für mich schwere rüstung und wo er drachen spielt ey die hast du doch jetzt schon 3 mal oder? äh aber sie ist schlecht also du darfst bedarf drücken ich hab ich hab die 2 mal hä? hä geil hä? ich hab aber nur einmal bedarf geklickt shit on it ich hab eh eine wachhose hab ich bekommen was kann die? wache 29 stoffrüstung ich klettere ja gerne in so spiel ich weiß nicht warum ähm hier müssen auch noch ritualisten sein ich muss noch einen ritualisten kill shit ich komm da nicht hoch ich geh mal wieder klettern rät ist kein ritualist rät 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 ja die probleme nein oh what the fuck hä? du bist grad irgend pomisch in der luft geschwebt ja du bist gleich da der kann leider nicht fliegen der morshose ähm warzen ethin weil sonst hätt ich ihn hoch müssen Ja, ist ein bisschen schwer zum Fliegen. Ja. Schaffe ich leider nicht. Ah, der Moschus-Schwanz Etin gibt uns auch Glitter. Warte, ah nein. Ich drücke natürlich erstmal F2. Ah, und was werde ich denn jetzt angegriffen? So, nichts mehr. Ich würde gerne einen Ritualist finden. Da ist einer. In der Richtung, da drin. Es sind sogar zwei. Oh, zwei in einer Packung. Ja, ich muss nur einen killen. Gibt's hier auch umsonst? Nein, ich bin wieder runtergefallen. Jetzt mir nicht hält. Ich mach den auch allein. Oh, komm. Ah, Etin-Zähmer. Intim-Zähmer. Intim-Zähmer. Ja, was meinst du, was sie machen? So, jetzt hau ich ab. Zähmen Intimbereiche. Brache, geh weg, bevor du stirbst. Mach ich immer. Damit der nicht verreckt, also nicht komplett verreckt, der dann, ähm, das nicht wiederholen kann. Für zwei Minuten oder so. Mach ich's zur Zeit immer, kurz bevor er stirbt, wird er weggeschickt. Damit er, ähm, keine Respawn-Dauer hat. Ich nehm meinen Flugdrachen. Ich will hier hochkommen. Okay, ich müsste jetzt zwei Quests zum Abgeben haben, genau. Hast du eigentlich noch Quests? Nee. Null gerade. Null. Null. Zero. Also doch eine, die Hauptquests, aber, äh, weißt ja. Ja, da warten wir am besten noch ein bisschen. Oder? Ja. Meinst du? Nee, da will ich nicht rein. Och, man. B. Gott, dann bist du halt tot. Zeitlimit jeden Tag. Null Probleme. Bitte, ähm, Feldtraining. Danke. So, Trugquests zum Abgeben. Sehr schön. Ich kriege irgendwie keinen Schaden. Krieg's keinen Schaden. Ich krieg Erfahrung. Ich weiß übrigens, äh, wo's, wo Stingens gibt. Okay. Hallo? Hast du nicht einen Shop? Äh, wie heißt es? Ich hab's vergessen. Gebäude. Also, weißt du, eine Grundstücke. Echt? Das Housing hast du gefunden. Ja. Rate wo. Rate wo. In, wie heißt die große Stadt? Da ist so ein Leuchtteil. Hast du das mal gesehen? Okay. So ein riesen Wirbelsturm, der nach oben geht. Der ist irgendwo weit im Hintergrund. Wenn du da reingehst, wirst du teleportiert. In die entsprechende Welt. Ich hätte noch beim Kleeos Heiligtümen hätte ich ein paar Quests, glaube ich. Wo ist das denn? Hinter uns. Oder hinter mir. Das ist da unten, wo du herkamst. Okay. Ich spring da einfach mal runter. So. An deinen Brüdern vorbei, lieber Drache. Ich muss mal kurz was trinken, also ich mute mich mal kurz. Ja, ich trinke auch mal gerade was. Fick dich. Entschuldigung. So. Alles klar. Sollen wir es probieren? Probieren wir es? Probieren wir es nicht. Ich habe es trotzdem gehört. Ja, ja. Ist, weil ich mein, als ich mein Mikro mute wollte, habe ich es gemutet. Gleichzeitig ist mein Drache komischerweise abgestiegen. Ich bin da übrigens schon runtergenommen, ne? Und überlebt. Aber mit Drache. Ich habe es überlebt. Ich weiß gar nicht. Durch den Wasser fallen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier runter will. Du musst immer von Felsvorsprung zu Vorsprung schwingen, bis es keinen mehr gibt. Ich glaube, ich mache das jetzt anders. Komm. Ich war gestern übrigens in dem Film After Earth. Und wie ist er? Richtig cool. Das überlebst du nicht. Are you sure? What the fuck? Ich sterbe in der Luft. Ach nee. Du bist zu schnell gefallen. Oh nee, oder? Wenn man zu schnell fällt, stirbt. Was ist das denn für ein Shit? Ich habe es dir gesagt. Mann. Also, ich muss hier nämlich Viecher killen. Ich könnte es auch allein machen, aber wenn du willst. So, wo bist du denn? Da ist auch noch eine Quest. Welche Viecher? Oh, das war die falsche. Ich sage es dir sofort. Nein. Und wenn doch? Dann mache ich so einen. Tod. Hey, what zum Fick? Super, ich kann mich nicht mehr muten. Weil meine Mute-Taste liegt auf dem Joystick und der ist nicht angeschlossen. Ja, genau. Oh, doch, er ist angeschlossen. Ich muss nur... Die Taste irgendwie... Oh. Jetzt habe ich ihn Raven gemutet, aber... Ah, jetzt kann ich die wieder... Jetzt kannst du wieder nehmen. Kränklicher Ars-Käfer. Die muss ich, glaube ich, killen. Genau. Ich habe dich gemutet und dann hat die Taste nicht mehr funktioniert. Depp. Naja. Dann warst du halt still. Ich meine es auch gut. Höhöhöh. Höh. Luftpick. Ja, guck mal. Guck mal, wie alles lacht. Schaust dir an. Ich habe Körperflüssigkeit erhalten. Wäh. Ja, Pisse. So, ich mache ihn hier. Ja, mache ich da. Ich mache alles für dich. Naja, klar, komm. Hier, da ist auch noch einer. Greif ihn einmal an. Ja, die muss ich aber nicht mehr. Ich muss unerschrockener Dunkelkäfer killen. Und zwar hier sind drei. Hä? Die muss ich doch gar nicht killen. Das ist ein kränklicher Ast-Käfer. Warum sind die trotzdem... ...kränklicher Käse-Käfer. Aas-Käfer. Aas. A-A-S. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Badam. There you go, little children. Oh, nee. So. So, hier ist auch noch einer. Hier hast du einfach liegen lassen. Hä? Warum konnte ich das nicht ausnehmen? Keine Ahnung. Die waren an einem Krimus. Wir haben hier nicht ihren Überzug. Die waren an einer gewandert. Ah. Ich brauche noch einen Panzer. Ich gehe mal tauchen. Na, tu das. Ich mag das irgendwie zu tauchen. Ich finde es voll chillig zu tauchen. Ach, ich habe gerade gar keinen Brachen. Aber die sind so leichte Gegner. Level 27er im Vergleich zu 30ern ist schon ein riesen Unterschied. Oh. Ich schwimme mal den Wasserfall hoch. Ich brauche noch A, denn... ...aufgehitzt. Ist logisch. Ich schwimme den Wasserfall hoch. Oh. Jetzt bin ich runtergefallen. Okay, ich schwimme nochmal hoch. Hallo, ich will da hochschwimmen. Ich habe vorhin jemanden gesehen. Der sah richtig cool aus. Wie so eine Hexe. What the fuck? Musst du dir das Bild mal schicken. Da kannst du vielleicht ein cooles Thumbnail draus machen. Oder ich. Tumme Neile. Alter, jetzt stecke ich hier im Wasserfall. Super. Wasserfall? Ihr seht nichts. Ich sehe auch nichts. Und das macht... Du kommst nicht mal raus, oder was? Äh, aber ich sehe nichts. Also rauskommen tue ich schon, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, da bin ich. Jetzt werde ich wahrscheinlich sterben. Oh, nee. So, das lassen wir besser nochmal. Jihau. Quest erledigt. Wir können uns übrigens überlegen, es war vielleicht ein bisschen spät, aber zum Video-Day zu gehen, vielleicht. Wann ist der? Ich weiß es nicht. War der nicht schon? Nee, der ist ja noch. Das war der XXL-Tuber-Day vom Jumbo. Nee, es war doch... War nicht der Video-Day auch schon? Nee, nicht soweit ich weiß. Dachte irgendwie schon. Und ich weiß viel. Wenn der Tag lang ist. Als ob. Ja. Wenn der Tag lang ist, genau. Ja, die meisten Tage sind lang, mein Freund. So. Noch einer in so einer schwarzen Rüstung, ey. Die sieht man echt wie Ameisen auf dem Schneehaufen. Ja, ne? Gibt's oft. Ja. Hey, ich hab's erfüllt. Oh, da oben ist noch so ein... Da drüben. Nein, du lässt mich jetzt in Ruhe. Oh, ein Buckelsklave. Der buckelt dich zu Sklaven. Da kann ich zwei Quests abgeben. Kann über das Wasser laufen. Ich bin Moses. Ja, genau. Du bist Moses, das will ich sehen. Das ist so geil. Das willst du sehen. Weißt du, wie Moses aussah? Ja, klar. So wie du. You want something? Ja, ne Quest abgeben. Dankeschön. Nein, I want to use that switch. Ja, ja. Ich find's immer so geil, wenn die dann so Gespräche führen. Ihr macht mich fertig, glauben das Angehörige. Das find ich so geil. Die dann Gespräche führen. Oh mein Gott, ein Raubplünderer. 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 Okay, ich kann nicht mehr. Also, können schon noch, aber keine Lust mehr. Wie geil. Führen zu Gesprächen. Das kann ich keinen Frist annehmen. Natürlich. So, ich bin grad am sterben, aber das macht ja nichts. Pam. Ja, schön. Hallo. Hi jetzt. Nein, ich kenn ihn nicht. So, was bei dir denn? Na gut, jetzt kann ich Quest annehmen. Was muss ich machen? Sammelt. Blume. Sammelt. Okay, sammelt. Was musst du sammeln? Blume und sowas. Weiße Blume, Schlamm und sowas. Ja, super, das hilft. Komm mit hier, David Blut. Sag mal konkret. Hey, wo bist du grad? Da musst du nämlich auch Leute killen. Verhüllter Pestlord. Somewhere over the rainbow. Verhüllter Pestlord musst du killen? Machst du den Pest? Nö, muss ich wahrscheinlich nicht, aber können wir machen für Quest. Ja, können wir machen. Nicht für Quest, sondern einmal am Tag. Ach so, muss man einmal am Tag machen? Weiß ich gar nicht. Ist doch, oder? Nee, nicht soweit ich weiß. Ich mach hier einfach die Raubblünderer hier unten in der Saar. Die muss ich auch killen. Damals die Story Quest war. Ach, die Himmelsdrachen. Ach, die Verdeppens Himmelsdrachen. Ja, die tame ich immer gerne. Kann man nicht tamen, blöderweise. Ach nee. Die sehen so cool aus. Ach mich, greift das auch noch so ein Zombie an da. Buckelsklave. Puh. Hau ab. Hey, der It's Up Pro macht gerade Live-Show, ne? Echt? Live-Show über Twitch TV. Ah. Habe ich letztens zur SimCity gemacht, war total behindert. Ich mag das nicht. Einfach nur zum Test. Ja, einfach so, mal zum Spaß, aber... Woher weißt du das jetzt? Facebook. Ach so, hast du nebenbei... Facebook weiß alles. Oh mein Gott. Du bist so großartig. Was machst du gerade eigentlich? Verdeppens Himmelsdrachen, Tame. Wenn du die tötest, dann sollte ich besser da... Sag mal, ich muss die killen. Kommst du mal ran, bitte? Ich habe hier einen Verderbens Himmelsdrachen für dich. Muss ich sie nicht mehr killen? Ah doch, muss ich. Zwei Stück habe ich. Wie viel brauchst du? Ja, weiß nicht. Ja, kommst du mal ran. Du wirst schon älter, die wird mir gar nicht mehr angezeigt. Danke. Bitte. Oh, noch ein Buckel fuchzen. Oh, ich bin gleich tot. Ah, ich bin hier gedrückt. Hau ab, Gilde. Ich kann gerade nichts klicken. Warum? Weil die Banane krumm ist und er fängt nicht in den Umfeldzug. Und die Banane krumm ist schon tot. Alter, bis du kommst, ey, ist der Zug schon abgefahren. Nee, ähm, ich habe aus Versehen gegickt. Und dadurch wollte der, ähm... Dass ich die Gilde bearbeite. Also das Zeug, was da drin steht. Ach so. Handschuhe habe ich gerade gefunden. 108. Ja, die ziehe ich mal an, ne? Super. Ja, die sehen ja nett aus. So. Passt nur nicht zu meinem Outfit. Wo ist denn der nächste Flugdrache? Ich muss mal kurz wohin. Muss ich immer noch Verderbnisse mit Drachen? Da hinten war, glaube ich, einer. Lass mal nochmal ein Ding ins Thämen. Was? Äh, habe ich vergessen. Will den Goldschatten? Ja. Nee, kein Bock. Warte, habe ich bei C noch... Oh, ich kann drei... Plus drei Punkte Charisma. Yeah, 134. Ach so, ich habe ja auch noch, äh, Charisma. Wo ist C? Da. So, dann haben wir... 120 Stärke und 113 Charisma. Oh, 13 ist eine Scheißzahl. Kämpf gerade wieder gegen zwei Himmelsdrachen. Verderbnisse Himmelsdrachen. Ja, wollte gerade sagen hier, aber... Wer bist du? Bin ein Himmelsdrache. Und ich bin ein Verderbnisse Himmelsdrache. Nein, nö. Okay. Das ist logisch. Der eine ist ja schon tot, der zweite ist... Was zum Fick. Ich will doch... Warum kann ich den nicht thämen, du bist ein Scheißdrache. Hallo. Warum musst ich die überhaupt killen? Ist das für eine Quest? Ja, dann halt nicht. Also. Ich mache jetzt erstmal meine Sammel-Quest, mal kurz. So, dich kann ich aber thämen. Mann, ich will einen Scheiß-Flugdrachen-Tame, aber es geht nicht. Wir sind alle vertragsfrei. Wir sollen meinen Scheiß-Vertrag unterzeichnen, sich übers Ort ziehen lassen und dann sterben. Bin ich auch dafür. Ja, so. So, den Grizzly nehme ich auch noch mit. Der grisselt mich an. Ja, mache ich auch gerade. Wilder Beißer. So, Chugga, there you go. Hühnchen ist auch schon tot. Hühnchen, warum machst du ein Hühnchen? Da war so ein komisches Viech halt. Ja, 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 ja. Wie heißen die Dinger nochmal, die so laufen können? Laufdinger. Ostrier, genau. Ach so, Ostriatsche. Ostriches. Strauß. Ostrich? Ja, keine Ahnung. Irgend so was. Ja, ich hätte es auch Strauß genannt, oder? Kind like this. Yes. I think so. Oh, yes. My English is very well. Äh, I'm proof my English since I was twice. Ah, ja. Es ist gerade abschlachten, um einsammeln zu können. Bei mir. Bei mir ist es gerade Let's Play Aufzugsimulator. What? Ja. Das ist das neue In. Das neue In und Out. Ey, lass mich in Ruhe. Wenn man hier zu nah an den Rand geht, wird man, ja, das wollte ich eigentlich sagen. Dann fällt man runter, würde ich sagen. Ja, das, äh, habe ich gerade gemerkt. Echt jetzt? Ja. Ich wollte eigentlich zeigen, wenn man zu nah an den Rand geht, fällt man runter. Oh, jetzt bin ich rumgefallen. Ach so. Hm. Klingt ja auch nicht logisch oder so. Nö, nö. So, jetzt rennen wir mal in First Person. Mich nervt das. So, ich finde es voll toll, dass wir dann auch in First Person sehen. Oder auch nicht. Ja. Ja, so einen Drachen hatte ich auch mal. Ui. Stump. Stump. Hä, wo musst du noch was einsammeln? Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich gerade auch nicht. Ich muss irgendwo was einsammeln, aber es wird mir nicht markiert. Weißt du was? Ich nehme jetzt das Luftschiff und, äh, oh, genau je, oh, ich hasse das. Das ist wie im Real Life, ey. Die Aufzüge fahren genau dann weg, wenn du gerade ankommst. Nimmst du jetzt echt ein Luftschiff? Ja, ich nehme jetzt das Luftschiff und mache mal die Storyquest weiter. Was musst du gerade machen? Dann sollst du aber am besten auf mich warten, weil dann bin ich. Ja, was musst du denn mit der Storyquest gerade machen? Was ist deine Story, äh, gerade gesögt? Äh, äh, da. Ähm, Vorsichtsmaßnahmen gegen Lausch angefügt. Also musst du diese, wie heißen sie? Komischen Putzen da killen. Ich glaube schon, die, die da rumlaufen in der Stadt. Ja, genau. Hast du das schon gemacht? Ja. Ach so. So, ich würde...